Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Synchronformat, das ich mir für die Reihe Digitale Lehre aus guten Gründen sehr lang aufgespart habe, die Videokonferenz. Das Sommersemester war und ist eine besondere Herausforderung und als wir im April in die digitalen Räume gewechselt sind, war die wichtigste Frage oder die wichtigsten Fragen, wie können wir sofort Co-Präsenz herstellen, wie können wir als Lehrende Studierende zusammenbringen und halbwegs geordnet ein digitales Semester bestreiten. Das Problem wurde zunächst technisch angegangen und die ersten Wochen nach dem Lockdown Mitte März waren vor allem davon bestimmt, welche Videokonferenz Software an welcher Universität zu welchem Zweck eingesetzt werden soll, kann und nachdem man dann, wenn auch etwas unsicher, aber doch in eine Richtung losstolperte, stellte sich schnell Routine ein, die Technik war belastbar und funktionierte. Allerdings häuften sich zunehmend auch die Stimmen, dass die Feedbackkultur eine andere sei, Studierende sich nicht beteiligten, Kameras blieben zunehmend wie Mikrofone ausgeschaltet. Es mag sich für einige Lehrende angefühlt haben, als zeichneten sie Inputvideos auf ohne Publikum, ohne Resonanz. Einer der Reflexe war, dass umgehend die technische Über- und Vermittlung und die Distanz als Problem identifiziert wurde. Das Argument, da wir nicht in räumlicher und zeitlicher Co-Präsenz unterrichten, Lehren und Lernen, kann so etwas wie ein Diskurs in einem gemeinsamen Denk- und Deutungsraum überhaupt nicht entstehen. Deshalb zögen sich die Studierende aus dem Lehr- und Lernkontext heraus. Die digitalen Formate wären, so die Folgerung, für die universitäre Lehre weniger gut geeignet. Dieser postulierte Kausalzusammenhang ist allerdings ein Fehlschluss danach, also deswegen. Denn nicht die technische Über- und Vermittlung ist Grund für das Scheitern von Interaktion, sondern die einfache Übertragung traditioneller didaktischer Konzepte und Lehrformen in den digitalen Raum, ohne diese den besonderen Bedingungen virtueller Co-Präsenz anzupassen. Das, sage ich deutlich, soll allerdings kein Vorwurf sein, denn wir alle haben ab dem Sommersemester lernen müssen, wie wir akademische Lehre im großen Stil im virtuellen Raum umsetzen. Jetzt allerdings besteht die Möglichkeit, dass wir uns für das Wintersemester besser vorbereiten und dann adäquat auf diese Situationen reagieren können und uns den Bedarfen und den der Lehrenden und der Studierenden besser anpassen können, wenn wir zum Beispiel mit großen Veranstaltungen in den virtuellen Raum gehen. Deswegen erst heute das synchrone Format der Videokonferenz. Vielleicht ganz kurz vorab noch einmal das Zitat, das ich ganz am Anfang schon verwendet habe, aus einem Feedback für eine meiner Veranstaltungen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Mittelteil dank der Kombination aus ca. 45 Minuten Konserve statt mit unterglatten 90 Minuten und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird ein Gegensatz aufgebaut zwischen den möglichen Formen asynchroner und synchroner Kommunikation, die ich bis jetzt hier in der Reihe entwickelt habe. Und ich möchte diese Ausgangsformulierung oder diese Formulierung zum Ausgangspunkt wählen, um Ihnen den Ort und den Raum für die Videokonferenz in der akademischen Lehre jetzt genau vorzustellen. Vielleicht ganz kurz die Aspekte, die ich jetzt schon hier diskutiert habe, nämlich das asynchrone Input-Video, der asynchrone Audio-Input jeweils zur Wissensvermittlung und zweitens zur Aktivierung, drittens der Chat auf einer zentralen Messenger-Plattform und jetzt viertens die Videokonferenz ebenfalls synchron für die Diskussion in zeitlicher Co-Präsenz mit externen Teilnehmerinnen. Ganz kurz, wenn man diese Tools jetzt mal und diese Möglichkeiten zusammenfasst, habe ich für Sie hier herausgezogen, eine Infografik aus dem nationalen Bildungsbericht von 2020 vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung zu finden unter bildungsbericht.de. Auch wenn die Zusammenstellung hier äußerst problematisch ist und es sich tatsächlich nicht um die Wirksamkeit von Digitalisierung nach eingesetzten Medien handelt, denn das wurde auch auf Twitter unter anderem diskutiert, der Flipped Classroom ist kein Medium, sondern eine Methode, würde ich ganz gerne hier auf die einzelnen Aspekte eingehen. Das heißt, ich habe Ihnen vorgestellt die Input-Videos als eine Möglichkeit der Wissensvermittlung. Auch der Audio-Input ist dafür gut geeignet. Simulation und Simulationsspiele, also vor allem Simulationsvorführungen, Experimente lassen sich mit Input-Videos ebenfalls realisieren. Der Flipped Classroom als Methode, das heißt der Blending Learning Methode, um Wissenstransfer und Wissensvermittlung auszulagern aus einer Präsenzphase, dieser vorzulagern und die Präsenzphase dazu zu nutzen, um mit den Studierenden zu interagieren und damit die Präsenzlehre aufzuwerten. Dafür sind Input-Videos, Audio-Input, der Chat und die Videokonferenz gleichermaßen möglich. Einsatz von Smartphones und Tablets, das wirkt etwas unbeholfen, denn der Einsatz von Smartphones und Tablets ist tatsächlich kein Medium in dem Sinne der Vermittlung, sondern es ist ein technisches Übertragungsmedium. Und diese technischen Übertragungsmedien, also Geräte, Hardware, die sie verwenden, wirken etwas fehlplatziert hier in dieser Reihe. Allerdings ist es so, dass dahinter das Motto Bring your own device steht oder wenn Schülerinnen und Studierende keine eigenen Geräte haben, man ihnen etwas zur Verfügung stellt und mit ihnen interagiert. Das ist die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Online-Lehre und digitale Lehre überhaupt möglich ist. Und dann ganz rechts sehen Sie das Online-Lernen, also das heißt irgendwie geartetes, eine irgendwie geartete Verbindung aufzustellen und dann darüber sich zu informieren. Sie sehen schon, die Synchronenformate stehen relativ weit am rechten Rand dieser Skala hier, dieses Diagramms, hat aber auch damit zu tun, dass der Lernbegriff, den das Leibniz-Institut für Bildungsforschung hier voraussetzt, ein individueller ist. Also sich die Frage stellt, wie kann ein Individuum individuelle Lernfortschritte erzielen? Nicht eingedacht hier in diesem System ist offenbar, dass es so etwas wie Kollaboration und vor allem Zusammenarbeit und bei der Erarbeitung von Inhalten geht. So, warum die Videokonferenz erst jetzt zu diesem Schlusspunkt? Die Videokonferenz ist von allen Möglichkeiten, auch wenn sie sich möglicherweise hier anderer Hoffnungen machen, die Plattform oder die Möglichkeit, die am schlechtesten dazu geeignet ist, Wissen zu vermitteln und zu aktivieren. Studierende bewerten deswegen diese Videokonferenz-Tools kritisch und vor allen Dingen, das hatten Sie vorhin in dem Statement gesehen, wenn sich das digitale Lehren und Lernen darauf beschränkt, dass man zum Beginn der Einheit 9CT die Videokonferenz Software anschaltet und danach anderthalb Stunden die Videokonferenz-Software wieder abschaltet, entsteht nicht das, was im digitalen Raum eine Plattform ist, um gemeinsam Inhalte zu verarbeiten. Das Ganze, wie gesagt, noch einmal, das soll keine Kritik sein an den Praktiken, die sich jetzt im Sommersemester etabliert haben. Allerdings wird es jetzt Zeit für das Wintersemester, die didaktischen Überlegungen der technischen Routine nachzuziehen und die Hochschuldidaktik auf die je aktuellen Bedarfe anzupassen. Ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, wo die Videokonferenz ihren Platz hat in diesem Tableau, das ich Ihnen aufgebaut habe und deswegen noch mal ganz kurz umstellen und zwar auf diese Skizze, die ich Ihnen in der letzten Folge schon gezeigt habe. Video Input, Audio Input zur Aktivierung, Präsenzphase, entweder co-präsent räumlich, zeitlich co-präsent im Seminarraum oder im Vorlesungsraum bzw. in einer Messenger-Gruppe dann in einer virtuellen Co-Präsenz. Aber so können Sie synchron arbeiten. Empfohlen hatte ich hier für die TU Dresden, die Matrix. Wenn Sie die nicht zur Verfügung haben oder ein anderes Messenger-Tool, nutzen Sie meine Teilen Telegram, Klammer auf, lassen Sie sich dabei nicht erwischen im universitären Kontext. Und dann schlussendlich hatte ich hier angedeutet die Videokonferenz und darauf will ich heute hin. Die Videokonferenz ist also ein synchrones Format, mit dem Sie, wenn wir uns die Ausgangslage noch einmal genau betrachten. Also ich hatte hier zum Beispiel in einer Vorlesung davon gesprochen, dass man 45 Minuten Input Video nimmt und dann eine 45-minütige Phase für Chat und bzw. Konferenz. Und in dieser Konferenz können Sie den Input diskutieren, wenn Sie gleichzeitig eine Aktivierung vornehmen. Und das kann aber sehr einfach über eine Chat-Plattform am Ende zum Beispiel eines solchen Konservenvideos passieren, nutze ich in der Vorlesung gleichermaßen. Jetzt reden wir aber über seminaristische Kontexte. Welche Rolle spielen da Videokonferenzen? Videokonferenzen sind bei Studierenden in folgenden Situationen beliebt. Erstens die Diskussion in Kleingruppen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel in der Matrix hat man die Möglichkeit, einen großen Seminarraum zu öffnen und diesen großen Seminarraum noch einmal unterschiedliche kleine, je thematisch spezifische Gruppenräume zu zuordnen. Und in diesen Gruppenräumen können die Studierenden miteinander sich austauschen, auch ohne eine Videokonferenz, auf der im Hintergrund läuft. Aber Sie können, wenn Sie zeitlich co-präsent sind, nicht nur chatten, sondern auch spontan. Das ist zentral in eine Konferenz wechseln. Und hier hat sich in Dresden Jitsi als äußerst günstig erwiesen. Und es wird sehr stark von den Studierenden eingefordert, sodass ich mich sehr freue, dass Jitsi jetzt doch nicht zum Ende Juni abgestellt wird, also Stichtag heute, sondern voraussichtlich bis Ende des Jahres zur Verfügung steht, um genau diesen synchronen Arbeitszusammenhang für Studierende bereitzustellen. Das Zweite ist die Präsentation von Ergebnissen. Präsentation von Ergebnissen. Dafür ist die Videokonferenz-Software oder die Videokonferenz ein dankbarer Ort, denn man kann gemeinsam einer Präsentationen folgen und diese gemeinsam diskutieren, entweder im Chat oder in der Co-Präsenz mit Audio und Video. Aber nicht zur Erarbeitung. Zur Erarbeitung taugt die Arbeit in Kleingruppen im Chat. Das Dritte ist, und hier spielt die Videokonferenz ihren ganzen Trumpf aus. Wenn Sie einen seminaristischen Kontext haben und einen Gastvortrag organisieren wollen, dann sind dafür die Zeiten so gut wie nie. Denn Gastvortragende müssen nicht an ihre Universität kommen mit einem zweitägigen Reiseweg auf der Bahn für 90 Minuten Seminardiskussion, von denen 30 Minuten Vortrag und dann bestenfalls vorstrukturierte Fragen eine Diskussion anmoderieren. Sondern Sie können Gastvortragende mit Videokonferenz-Software sehr schnell in das Seminar holen und dann vor allen Dingen auch, wenn Sie im Seminar selbst räumlich und zeitlich co-präsent sind, in Präsenzlehre, Gastvortragende einfach in dieses Seminar dazu schalten. Ich hoffe, also ich bin mit, oder sagen wir so, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Element, also das heißt die Diskussion und den Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Akteurinnen im öffentlichen Raum in der Präsenzlehre weiter fortsetzen werden. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das in diesem Semester mit großem Gewinn wahrgenommen habe, dass man eingeladen wird und dann zwei seiner Artikel gemeinsam mit Studierenden in einem Seminar diskutiert, was ohne die Bedingungen, die wir am Anfang des Semesters vorgefunden haben, jetzt in der Selbstverständlichkeit, mit der das stattfindet, überhaupt nicht möglich wäre. Egal, ob das Wintersemester digital oder präsent stattfinden wird im seminaristischen Kontext, das wird etwas sein, das sich hoffentlich, 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 hoffentlich erhält. Dies sind die Punkte, in der eine Videokonferenz tatsächlich eingesetzt werden sollte als synchrones Format, das heißt die Diskussion in Kleingruppen, beziehungsweise die Diskussion nach einer Vorlesung, das sehen Sie hier, das ist dann keine Kleingruppendiskussion, sondern tatsächlich so etwas wie ein Vortrag mit anschließender Diskussion, dann die Präsentation von Ergebnissen im seminaristischen Kontext, wenn keine asynchronen Formate vorbereitet sind, sowas wie Audio-Inputs oder Videos und das letzte Gastvertrag von externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da hat die Videokonferenz ihren Platz und damit möchte ich ganz gern auch dieses kurze Video beenden und noch einmal umblenden auf die Präsentation selbst, um noch einmal jetzt auf das gesamte Portfolio zu blicken, das ich für Sie in den letzten Folgen entwickelt habe, nämlich das Input-Video als asynchrones Format zur Wissensvermittlung in Präsenz, dass man zur Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen auslagert, der Audio-Input, der im Wesentlichen zur Aktivierung und Motivation für die Präsenzphase dienen kann, den Chat, mit dem man eine zentrale Plattform für die Kommunikation in Arbeitungsphasen in zeitlicher Co-Präsenz herstellt, aber der gleichzeitig natürlich auch asynchron funktioniert und schlussendlich die Videokonferenz, mit der die Diskussion in zeitlicher Co-Präsenz mit externen Teilnehmerinnen möglich wird. Und diese externen Teilnehmerinnen müssen nicht nur Studierende sein, sondern können auch Gastwissenschaftlerinnen sein, die man in eine Veranstaltung einlädt. An dieser Stelle werde ich einen kurzen Schnitt machen. Das heißt, jetzt sind erstmal so die Möglichkeiten, habe ich für Ihnen ausgebreitet, mit denen man eine digitale Lehre gestalten kann, die nicht zwingend in Präsenz stattfindet. In den nächsten Folgen dieser kurzen Reihe würde ich Ihnen einige Best Practices vorstellen wollen, würde dazu auch einige Interviews vorbereiten, kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wann wir genau mit diesem Auftakt in diese Interviews starten werden. Aber ich würde versuchen, hier mit Kolleginnen und Kollegen aus der Universität zu sprechen und Sie zu Ihren Erfahrungen und Ihren Versuchen und Tests und Gehversuchen in der digitalen Lehre befragen und diese Ergebnisse dann hier für Sie in der Reihe zusammenstellen. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und hoffentlich auf bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020